Moin und herzlich willkommen zu TransfermarktTV. Wir schauen heute auf den FC Bayern. Es gibt nämlich neue Gerüchte um eine Verpflichtung von Barca's Araujo. Außerdem soll Marzen im Fokus der Münchner stehen. Bevor wir mit den Gerüchten starten, werfen wir aber einen kurzen Blick auf die finalen Gruppen der Europameisterschaft 2024. Am Dienstag qualifizierte sich erstmals Georgien für eine Endrunde, am späten Abend sicherten sich Polen und die Ukraine die letzten Tickets. Welche Gruppe ist für euch am spannendsten? Los geht's in der Gerüchteküche mit spannenden Torwartspekulationen rund um den VfB Stuttgart. Die Torwartfrage bleibt eines der vorherrschenden Themen beim VfB Stuttgart. Was, wenn Alexander Nübel wieder weg ist? Oder bleibt die Bayern-Leihgabe womöglich länger bei den Schwaben? Für den Fall, dass sich das Überraschungsteam der laufenden Saison einen neuen Schlussmann suchen muss, ist nunmehr auch Moritz Nikolas von Borussia München-Gladbach in den Fokus gerückt. Der TV-Sender Sky berichtete, der 26-jährige Nikolas sei einer der Top-Kandidaten auf die Nübel-Nachfolge. Der seit 2015 bei den Fohlen unter Vertrag stehende Schlussmann, der von den Gladbachern seither viermal verliehen worden war, will demnach den Klub verlassen, sollte er seinen Platz als Nummer 1 verlieren. Als er seinen Vertrag bei der Borussia vor wenigen Wochen verlängerte, sei ihm diese Möglichkeit zugesichert worden. Eine Ausstiegsklausel gäbe es aber nicht. Es steht ein Duell mit der vorherigen, seit August verletzten Stammkraft Jonas Omlin bevor. Dieses Gerücht kommt natürlich nur auf, weil die Zukunft von Alexander Nübel noch ungewiss ist. Fest steht, Alexander Nübels Laie endet im Sommer. Es gibt keine Kaufoptionen für die Schwaben. Sein Vertrag bei Bayern ist noch bis 2025 gültig. Es wird über eine Verlängerung gesprochen. Mögliche Ablöse für Stuttgart nicht finanzierbar. Es sei jedoch weiterhin das oberste Ziel des VfB, Nübel länger zu halten. In Frage kommt aber aufgrund der finanziellen Situation wohl nur eine weitere Laie. Für seinen Leihwechsel nach Stuttgart soll Nübel Einbußen beim Gehalt in Kauf genommen haben. Auch dieser Punkt könnte bei einer Verlängerung der Zusammenarbeit wieder eine Rolle spielen. Stuttgarts Vorstandsvorsitzender Alexander Werle erklärte dazu vor ein paar Monaten. Sollte es ein Konstrukt geben, von dem alle drei Parteien profitieren können, sind wir jederzeit gesprächsbereit. Dafür würde ich zu jeder Tages- und Nachtzeit nach München fahren. Die Stuttgarter haben aber große Konkurrenz im Werben um den 27-Jährigen, der egal wie und wo es weitergeht, als Nummer 1 in die neue Saison gehen will. Der Lissabonner Radiosender TSF berichtet nämlich, dass Sporting Lissabon großes Interesse an einer Verpflichtung Nübels im Sommer habe. Trainer Ruben Amorim sei ein großer Bewunderer des Keepers und wünsche sich diesen für die kommende Spielzeit. Sky wiederum berichtet, dass die AS Rom Interesse an Nübel hat. Die Italiener sollen sich ins Werben um den Torhüter eingeschaltet haben. Was glaubt ihr, wo spielt Alexander Nübel in der kommenden Saison? Beim VfB Stuttgart, dem FC Bayern, Sporting Lissabon, der AS Rom oder doch ganz woanders? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Von den Torhütern geht es eine Position weiter nach vorne in die Verteidigung. Dort hat der FC Bayern in den letzten Jahren schon sehr viel Geld ausgegeben. Und zwar 80 Millionen Euro für Lucas Hernandez 2019, 67 Millionen für Matthijs De Ligt 2022, 50 Millionen für Min Jae Kim 2023 und 42,5 Millionen Euro 2021 für Dayo Upamecano. Nun sollen die Bayern aber bereit sein, ihren eigenen Transferrekord für einen Abwehrspieler zu brechen. Die Rede ist von 100 Millionen Euro. Dass der FC Bayern ein Auge auf Ronald Araujo geworfen haben soll, ging schon vor einiger Zeit um. Auch, dass der FC Barcelona für seinen Innenverteidiger kaum unter 100 Millionen Euro mit sich reden lassen würde. Doch nach einem Bericht der Zeitung Marca in Spanien signalisierten die Münchner in der Tat Bereitschaft zu einem Betrag in dieser Region. Ein offizielles schriftliches Angebot gibt es nicht. Dem Blatt zufolge sei der Sportdirektion Barcelonas aber über Vermittler mitgeteilt worden, dass die Bayern bereit seien, einen Betrag von um die 100 Millionen Euro für Araujo aufzubringen. Allerdings müht sich demnach auch der katalanische Klub um einen längerfristigen Verbleib des Uruguayers. Ein Vertragsangebot bis 2029 soll dem aktuell noch bis 2026 gebundenen Nationalspieler vorliegen. Die 100 Millionen Marke wurde für einen Abwehrspieler noch nie geknackt. Teuerster Verteidiger der Fußballgeschichte ist seit dem vergangenen Sommer Josko Guardiol, für dessen Dienst im ManCity 90 Millionen Euro an RB Leipzig überwies. Teuerster Bayern-Verteidiger, der aktuell noch im Kader ist, ist Matthijs de Ligt, der 2022 für 67 Millionen Euro von Juventus Turin kam. Aber nicht nur auf der Position des Innenverteidigers könnte sich beim FC Bayern demnächst was tun. Auch hinten links könnte bald Bedarf bestehen. Laut Sky hat der deutsche Rekordmeister Ian Marzen als möglichen Nachfolger für Alphonso Davies ausgemacht, sollte der Kanadier den Klub im Sommer verlassen. Marzen steht bei Chelsea noch bis 2026 unter Vertrag und besitzt eine Ausstiegsklausel, die bei 35 Millionen Pfund umgerechnet rund 40 Millionen Euro liegen soll. Ob sich Marzen den Schritt nach München vorstellen kann, ist nicht bekannt. Schon im Winter hatte sich der aus der Nähe von Rotterdam stammende Youngster eigentlich auf einen Verbleib in London eingestellt, ehe die Anfrage aus Dortmund kam. Zwölf Spiele später hat Ian Marzen seit seinem Wintertransfer vom FC Chelsea für Borussia Dortmund nahezu jeden in der Bundesliga überzeugt. Der 22 Jahre alte Niederländer zählt schon jetzt zu den besten Linksverteidigern der Liga und hat im Sommer einige Optionen. Welchen Schritt will Ian Marzens Stelle gehen? Zurück zum FC Chelsea, ein Transfer zum FC Bayern oder ein Verbleib beim BVB? Die Dortmunder werben aber dazu noch um ein weiteres Verteidigertalent. Borussia Dortmund buhlt gemeinsam mit Newcastle United um die Dienste des 18 Jahre alten Innenverteidigers Dean Huysen. Das berichtet die auflagenstärkste niederländische Tageszeitung De Telegraph in Berufung auf Quellen aus dem Umfeld von Juventus Turin, dem Stammklub des Defensivtalents. Der BVB und der Premier League Klub haben die besten Karten bei Huysen, heißt es. Die Bianconeri hatten den spanischen U21-Nationalspieler, der zuvor für die niederländischen Junianteams aufgelaufen war, im Winter an den Ligakonkurrenten Aas Rom verliehen. Dort kam der gebürtige Amsterdamer, bislang zu zwölf Einsätzen über 485 Minuten, in denen ihm zwei Treffer und eine Vorlage gelangen. In Dortmund könnte Huysen eine Option für die Nachfolge von Mats Hummels sein, der mit seinem Karriereende im Sommer liebäugeln soll. Newcastle wiederum benötigt einen Ersatz für den am Kreuzbahn verletzten Sven Bottmann. Als Preisschild werden bei Huysen, der bei Juventus noch einen Vertrag bis 2028 besitzt, mindestens 30 Millionen Euro genannt. Das italienische Blatt Tutuspor hatte zuletzt neben der Borussia auch RB Leipzig als möglichen Abnehmer ins Spiel gebracht. Wir gehen von der ersten Liga in die zweite Liga und haben Gerüchte für euch rund um Hertha BSC und Hannover 96. Hertha BSC wird einem Bildbericht zufolge Mittelfeldspieler Ayman Barkok nach der Saison wieder ziehen lassen. Auf eine feste Verpflichtung des Leihspielers von Mainz 05 verzichten die Berliner demnach, was auch bedeutet, dass der 25-Jährige ab jetzt kaum noch zum Einsatz kommen darf. Dem Vernehmen nach besteht im Leihdeal der Klubs eine Klausel, die einen Kauf zur Verpflichtung macht, wenn Barkok eine bestimmte Anzahl Startelf-Einsätze in Pflichtspielen absolviert hat. Bislang sind es acht. Siebenmal in der Liga, einmal im Pokal. Mehr als elf dürfen es laut dem Bericht nicht werden. Bei zwölf Startelf-Einsätzen müssen die Berliner nach Stand der Dinge 600.000 Euro für Barkok zahlen. Sollte Hertha wieder erwarten in die Bundesliga aufsteigen, wären sogar 1,2 Millionen Euro Ablöse an Mainz fällig. Einem zurückliegenden Bericht zufolge würde die Kaufflicht auch dann greifen, wenn Barkok zwar nicht auf zwölf Startelf-Einsätze, aber auf 15 insgesamt käme. Auch als Joker stünde das frühere Eintracht-Talent also nicht mehr bedenkenlos zur Verfügung. Die Zukunft von Lilian Eckloff ist angesichts seines auslaufenden Vertrages ungewiss. Informationen des TV-Senders Sky zufolge hat Hannover 96 ein Auge auf das vielversprechende Talent geworfen. Weitere Zweitligisten sowie der FC Zürich seien ebenfalls interessiert. Für das in Heilbronn geborene Stuttgarter Eigengewächs stehen in der laufenden Spielzeit 117 Einsatzminuten verteilt auf sechs Partien bei den Profis zu Buche. Wenn gleich eine Verlängerung beim VfB zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen erscheint, dürfte sich der Spieler mit den Alternativen beschäftigen. Dem Sender zufolge könnte Hannover 96 zu einer solchen werden. Inwiefern sich bis Sommer ein ernsthaftes Interesse Hannovers, wo Eckloffs Profil durchaus in die Transferstrategie der vergangenen Jahre unter Sportdirektor Markus Mann passen könnte oder eines anderen Klubs ergibt, bleibt abzuwarten. Olivier Giroud gehört im Alter von 37 Jahren immer noch zu den Stützen der AC Mailand. In dieser Saison kommt der Franzose auf 14 Tore und 9 Vorlagen in 36 Einsätzen. Kein Spieler der Rossoneri weist bessere Scorer-Werte auf. Trotzdem läutet immer mehr darauf hin, dass sich der Linksfuß, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, aus dem europäischen Spitzenfußball verabschieden wird. Nachdem in der vergangenen Woche bei The Athletic von konkretem Interesse und fortgeschrittenen Gesprächen zwischen Giroud und dem Los Angeles FC berichtet wurde, ist mittlerweile offenbar der nächste Schritt in den Verhandlungen eingeleitet worden. Laut Fabrizio Romano hat der MLS-Club dem Stürmer ein konkretes Vertragsangebot vorgelegt und ist derzeit der Favorit auf die Verpflichtung. Auch andere Vereine seien allerdings noch im Rennen, eine endgültige Entscheidung noch nicht gefallen. Bevor es aus der Länderspielpause zurück ins Bundesliga-Geschäft geht, wollen wir noch einmal auf die 10 besten Scorer der 1. Liga schauen. Vertreten sind hier Spieler aus den Vereinen, die aktuell in der Tabelle ganz vorne stehen. Augsburgs Ermedin Demirovic ist hier die Ausnahme. Mit Boniface, Girassi und Harry Kane haben wir drei Spieler, die im Schnitt mehr als einen Scorer pro Spiel beitragen. Leverkusens Alejandro Grimaldo ist hingegen der einzige nominelle Verteidiger in den Top 10. Teamkollege Frimpong verpasst diese mit 16 Scorern denkbar knapp. Zum Abschluss des Videos folgen wie gewohnt noch einmal die spannendsten News des Tages. Der brasilianische Stürmer Gabriel Barbosa, auch aus seiner Zeit bei Inter Mailand als Gabigol bekannt, wurde für insgesamt zwei Jahre gesperrt. Am Montag fiel in Brasilien das Urteil gegen den Profi von Flamengo, das von der nationalen Anti-Doping-Behörde ausgesprochen wurde. Wieder spielen darf der frühere Nationalspieler aber schon ab Frühjahr 2025. Es geht um einen Vorfall im vergangenen Jahr, bei dem der 27-Jährige die Entnahme einer Dopingprobe erschwert haben soll. Sein Club äußerte Unverständnis und wolle ihn beim Gang vor den internationalen Sportsgericht Hof Kass unterstützen, wie aus einer Club-Mitteilung hervorgeht. Der Test Gabigols war zwar negativ, doch soll der Profi die überraschende Kontrolle zeitlich hinausgezögert haben, was gegen Artikel 122 des brasilianischen Anti-Doping-Gesetzes verstößt, das sich auf Betrug oder Betrugsversuch in irgendeinem Teil des Kontrollprozesses bezieht. Atletico Madrid hat Kapitän Koke an sich gebunden. Der 32-Jährige unterschrieb ein neues Arbeitspapier bis 2025. Die Vereinbarung sieht zudem vor, dass auch in Zukunft am Ende jeder Saison der Vertrag um ein Jahr verlängert wird, sofern Koke keine anderen Pläne verfolgt. Der Mittelfeldspieler ist somit auf dem besten Weg zum One-Club-Man. Im Alter von sechs Jahren kam Koke zu Atletico Madrid und ist längst eine Vereinslegende. Im September 2009 debütierte er für die Profis der Colchoneiros. Insgesamt kommt er bis dato auf 626 Pflichtspiele mit 47 Toren. Vereinsrekord. Mit den Matrilenen gewann er acht Titel, darunter zwei Meisterschaften und zwei Europa-League-Trophäen. Maximilian Eggestein hat sein Arbeitspapier beim SC Freiburg vorzeitig verlängert. Das gaben die Breisgauer am Montag bekannt. Informationen zur neuen Vertragslänge machten sie wie gewohnt nicht. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler kam im Sommer 2021 für fünf Millionen Euro von Werder Bremen nach Freiburg und absolvierte für den Sportclub bis dato 116 Partien, in denen er an 14 Treffern direkt beteiligt war. Nach schwerer Knieverletzung hatte Lukassen Metscher erst Mitte Februar sein Comeback für den VfL Wolfsburg gegeben und Anfang März beim 2 zu 3 gegen Stuttgart sogar sein erstes Bundesligator der Saison erzielt. Ein weiterer Treffer wird für den 25-Jährigen aber wohl nicht hinzukommen. In Metscher ist erneut schwerer verletzt. Laut Angaben der Wölfe vom Dienstag hat der siebenfache Nationalspieler im Training eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel erlitten. Laut der Watz ist ein weiteres Comeback bis Saisonende unwahrscheinlich. Nur vier Einsätze und zwei Tore stehen zu Buche. Das war es auch schon wieder mit den spannendsten Gerüchten und News. Schreibt uns gerne eure Meinung zu den Themen um zum Beispiel Araucho und Marzen in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. 3 2 3 3 4 4 5 46 Untertitelung des ZDF, 2020